So, da sind wir wieder. Zurück mit dem vierten Part der Meldegänger. Stürme die Strände von Gallipoli im Schutz der Geschütze der bis dato größten Flotte aller Zeiten. Wir kamen aus allen Teilen der Welt. Die Unschuldigen, die Selbstgerechten und die Töpferen. Wir hielten den Krieg für unseren Initiationsritus. Ein großes Abenteuer, das uns in unserem Streben nach Ruhm vereinen würde. Aber anstelle eines Abenteuers erwartete uns nichts als Angst. Und vereint waren wir nur im Tod. Das britische Empire will eine neue Front eröffnen. Das Reifen pläne für eine nie dagewesene Invasion des Osmanischen Mutterlandes durch die größte Einzelflotte aller Zeiten. An Bord der Schiffe sind mehr als eine halbe Million Soldaten aus Neuseeland, Australien, Irland, in den Neufundland, Frankreich und Großbritannien. Sie haben befehlt, an Land zu gehen und nach Konstantinopel vorzustoßen. Ha! Geschafft! Tag 1 Tag 2 Achso, Tag 2 spielen wir jetzt. Alles klar. Tag 2 Tag 3 Tag 3 Tag 3 Tag 3 Tag 3 Tag 4 Tag 5 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 Oh Gott. Hey, sind Sie Frederick Bishop? Nein, der ist tot leider. Aber ist das nicht Ihr Bild? Schon möglich. Jack Foster. Ich wurde Ihnen zugeteilt. Wurde es denn nicht. Schaffen Sie das Kit hier weg. Keine Chance. Er ist schließlich nur wegen Ihnen hergekommen. Frederick Bishop, der Stolz Australiens. hat so ein falsches Alter genannt, um dienen zu dürfen. Könntest du mausen? Ja. Gut. Komm, Miss. Der Meldelgänger. Okay, was machen Sachen? Was für ein Desaster. Unsere erste Welle hatte keine Chance. Wie sehen Sie sich diese Stellung und hören? Wie sollen wir den Strand eingehen? Diesmal haben wir die Dreadlords. Stopp dir was in die Ohren, Junge. Gleich wird's laut. Okay. Ah-ha. Oops, 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 oops. Ah-ha. 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 Holy shit. Okay, der hat gesessen. Ach, Alter. Ich dachte, ich kann sie ein bisschen Mumpitz machen, ein bisschen rumballern. Ich muss zum oberen Ende des Strandes. Na, dann schwimmen wir halt. Äh, sind so schlimm spannend. Da, was ist denn hier los? Die Day, oder was? Ist ja ekelhaft. Boah, betreiben! Oh, ne! Oh, ne! Oh, shit! Das ist geil! Ist sie aufhint? Ne, weiss ich nicht. Bam. Ich mach mal kurz Aufnahmestopp. Cool. Ich lebe sogar noch. So, dann bin ich wieder. Ich muss kurz an die Tür. Wo waren wir stehen geblieben? Oh, meine Leute haben hier schon... Oh. Ballern hier schon ordentlich rum. Sehr gut. Oh fuck. Treff ich den? Nein. Scheiße. Einfach rumrennen, ja. Zack! Oh fuck. Die Waffe gefällt mir. Kriegt mir sehr gut. Da ist auch noch einer. So. Was ist da oben? Muss ich hin? Wow. Nein, der war daneben. Was machst du denn da? Lass dich doch nicht mehr sein. Was soll ich denn das? Ich geh hier oben an. Okay. Hier ist gar keiner. Hahaha. Hab ich die ja wünschen. Oh. Ah, scheiße. Kommt schon. Jawohl. Oh, da unten ist auch noch einer. Oh, 3 HP. Oh, da unten ist auch noch einer. Da hab ich ihn noch eingesehen. Beweg dich doch nicht. Scheiße. Ah, fuck. Weg mit dir. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Wischt. Nicer, dicer. So. Komm ich da unten hoch. Hier rum. Scheiße. Ich hab keine Muni mehr. Oh, Schrottwinde. Jawoll. Ich will abkürzen. Verdammt. So. Ich bleib einfach hier sitzen. Ah, ich kann nicht einnehmen. Fuck. So. Nein. Hier sind immer noch welche. Ist zwar da. Wow. Alter. Wo kommst du denn her? Und wie sind denn hier noch? Einen Schuss noch. Einen Schuss noch. Einen Schuss noch. Einen Schuss noch. Irgendwo muss hier noch einer sein. Und wo? Hä? Okay. Da kommen neue. Scheiße. Wie sind denn hier noch? Wo kommt ihr denn alle her? Hier? Ah, jetzt kann ich alle nehmen. So. Jawoll. Das haben wir. Zeit für das Leuchtsignal. Dann mach mal. Scheiße. Willst du mich verarschen? Komm hier. Da. Sieh dir das ab. Junge. Du hast dich in die Hölle gelogen. Aber ich. Du wolltest eine Statue von dir auf dem Marktplatz. Ich bin noch nicht so fertig. Komm schon Junge. Steh auf. Komm schon. Ich werde sterben. Wirst du nicht. Ist Australier. Uns bringt nix um. Hä? Was? 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 Ja, vermutlich. Ja, vermutlich. Außer... Du bist ein Kiwi. Was? Nun. Eins nach dem anderen. Hier. Komm schon. Steh auf. Schau mal. Den Arm hierher. Den rechten raus. Schaft gegen die Schulter. So. Fang an den Schaft. Nein. Ja so. Du musst schon richtig zielen. Gut. Ja. Fühlst du ein bisschen auseinander? Ich hab mich gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren habe. Was? Uns bringt nix um. Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Frauen. Wirklich? Ja? Nein. Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er wolle keine fünf Minuten überleben. Nein, nein. Ich krieg das hin. Ich mach's. Schön. Sie bleiben bei mir. Und Sie. Sie werden laufen. Okay. Oh. Oh. Holy shit. Ja. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. schrotze. Ich schrotze. Die Schrottflinte. Ich mach's. 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 Oh shit. Ich mach's. Schneller rein. Oh. Kacke kann die nicht. Oh. Das war doof. Woo. Hä? Ich mach's. Toll. 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 Sollen wir zurückrennen? Warum? Was ist denn hier passiert? Hä? Verarschen? Go, 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 go. Oh scheiße. Ja, rennt mal, rennt mal. Kurz heilen. Oh shit. Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Ach. Oh kacke. Nein. Was? So. Wie viele sind denn da? Leute, mach doch mal was. Nice. Fast keine Muni mehr gehabt. Alter, viele. Ich hab' ne Waffe. Ach. Nice. Schlecht. Man wird's nicht finden können. Hab' ich aber nicht. Nein. Das hörst du nicht. Guter Schuss. Ach, naja. Also, ich hab' ihn da draußen gesehen und ich... Guter Schuss. Der Feind ringt noch überall zurück. Doch, dich's mir. Bischoff, melden Sie der Etappe, dass wir vorrücken. Keine Sorge. Ich komm' schon zurecht. Kopf unten halten. In Deckung bleiben. Ja. Kapiert? Ja. Ich muss zum Etappenkomodo. Ich... Oh, Munition. Etappenkomodo. Okay. Ich muss den ganzen Weg zurück stratzen. Aha. Wo sind die denn alle? Ja, wo sind die alle? Nehmen wir mal das hatte wie hier. Hallo? Das wär' zu Hause? Das wär' zu Hause? Für alle, die es noch von keinem Mildegänger wissen, die Stellung der Entente ist verloren. Artillerie sichert den Rückzug zum Strand. Sie feuert auf das Dorf und die umliegenden Festungen. Scheiße! Forster! Oha. Oha. Verdammte Bremen. Feuern auf ihre eigene Stellung, um ihren Rückzug zu sichern. Oh. Nein, nicht stehenbleiben! Oh, Alter. Seh'n die Houten! Oh, soll ich da hinten wieder hin? Oh, Mann. Was soll denn das hier? Also mein Säbel ziehen. Oh. Ich hoffe, ich komme da hin mit dem Pferd. Nein, nicht da vorbei! Oh, du Idiot! Oh, du sollst da rein, Mensch! Wer ist denn... Was macht die denn hier? Also. Nicht recht so. Zielen. Zack. Das schaffe ich. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Okay. Hallo. Verteilige in die Front. Du Scheiße. Ja. Ich versuch's. Mach' uns bereit, Männer! Na? Na? Kommst du nochmal? Weg! Oh, Kacke. Keine Muni mehr. Ach du Scheiße. Ist hier irgendwo eine neue Waffe? Scheiße! Was ist hier? Was ist hier? Feldhandbuch. Oh, cool. Das erste, was ich je gefunden habe. Aha. Hä? Ach, das war Muni für die Schrottwinde. Was haben wir hier? Hä? Was haben wir hier? Besser. Schrottwinde kann ich jetzt nicht so gut brauchen. Ich komme! Wow, wo sind wir denn schon? Wo sind wir denn schon? Danke. Nach vorne. Ach, du Scheiße. Na, versucht's doch. Boah! Alter. Nein! Oh, Alter. Lade nach! Ist gleich vorbei. Jetzt höre ich an der Musik. Oder auch nicht. Muss ich machen? Muss ich irgendwas bestimmt machen? Was ist denn so? Ah, ja. Wo ist denn hier noch wer? Hallo? Hallo! Hallo? Hä? Ja, fahr zur Hölle! Verschwindet von hier! Okay, keine Ahnung wo der war. Rückzug auf ganzer Linie. Die Artillerie wird uns Deckung geben. Wir müssen hier weg los. Gut. Ich habe Männer zur Festung geschickt. Die sind tot. Wer denn? Nur die Freiwilligen natürlich. Also alle. Verdammte Kinder. Sie wissen ja wie das ist in diesem Alter. Da. Fürster. Er ist natürlich auch dort. Ich muss zu ihm. Los. Ich sage ich hätte sie nicht gesehen. Nicht ihre Schuld. Doch. Kann ich. Ein toter mehr mit dem ich leben muss. Los. Los. Sie haben nicht viel Zeit. Was ist das für eine Übersetzung schon wieder gewesen? Nicht ihre Schuld. Ja. Kann ich. Hä? Jetzt aber schnell. Ja. Ne. Gechillt ist besser. Ne. 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 Ja. Oh. Oh. Oh Mann ey. Sonst soll ich warten sollen. Das war Fail. Jetzt müssen wir hier durchkämpfen. Zweitwaffe. Sehr gut. Ich nehme hier hoch. Das ist hier die Frage. Wahrscheinlich da, wo das weiße Viereck ist. Nachladen. Ja, womit denn? Komme ich doch eh nicht rein. Hallo. Komm, verschwenden wir von hier. Der Laden hier stürzt jeden Moment ein. Nein, wir können nicht weg. Der Feind ist immer noch da draußen. Verletzten bremsen uns aus. Du gehst. Ich sehe hier einen Rückzug. Ich werde so tun, als würde ich die Festung attackieren. Das lenkt sie ab. Sobald du in Sicherheit bist, dann leuchtsignal. Wenn ich das sehe, werde ich mich zurückziehen. Oder auch nicht. Oh, Befehlsverweigerung? Das sind Sie doch Spezialist. Komm hier. So. Wie ein echter Austraier. Sieht gut aus. Danke. Auf die Beine, Jungs. Und los. Und los. Das wird doch nix. Oh. Ich bin mir zu schnell unterwegs gewesen. Aber wir sollten sie ablenken, ne? Vielleicht nicht am nächsten Punkt. Wie es heißt. ich renne lieber mit der schrotze weiter ich habe hierbei stimmen aber ich sehe keinen was 12 12 wahrscheinlich muss ich da irgendwie rein das denn doch doch so dachte ich komme jetzt nicht weiter und zurück ok heute nach vorne warum kriegt zwei das reicht doch kommt ich welche ich hoffe die Munition reicht noch so schön hier rein ja mach doch hin ja ich wieder durch ich muss ihn erobern shit ha das sieht gut aus zwei Schuss noch das sieht nicht gut aus shit was woher kommt die denn her was 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 habe ich natürlich nicht gerechnet das war richtig knapp was 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 kommt hier hin Komm schon! Wie hält er denn aus? Ah, keine Schockens. Ah, weil ich auch da chille, wo die die ganze Zeit rauskommen. Das ist natürlich Fail. Okay, ich muss also auf die andere Seite. Wo bin ich denn jetzt hier wieder? Ach du Scheiße. Als hab ich ohnehin wieder von mir gezogen. Ja, mein Glück. Genau. So. Kein Schuss verschwenden hier. Missionswagen, wo nur geht. Wow. Okay, jetzt die andere Seite einnehmen. So. Das kann ich hier auch schön verteidigen. Ich hoffe, du bist in der Nähe weg. Lange halte ich das nicht durch. Woll. Woll. Scheiße. Scheiße. Shit. Wie viel kommt denn da, ey? Wow. Hey, was? Ach ja, der Flammenwerfer-Typ. Woll. Effekt. Der war wichtig. Jetzt lässt mich die Kacke hier einnehmen. Sehr gut. Perfekt. 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 Oh. 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 Das war's, woher. Das war's, woher. Die Kämpfe dauerten neun Monate an und minuten schließlich in einer Art am Kämpfe die Sieg der Osmanen und sie konnten nur gar nicht auf den Boden reiten. Fast hunderttausend Osmanische seien und verloren bei der Verteidigung der Heimat ihr Leben, aus ihrer eigenen Rennen standen jene Kampfbuchstätten anführern, die danach die Republik Teil gründen sollten. Erstmals kämpfen Australien und Neuseeland unter ihrer eigenen Flagge. Die Geschichten von Heldentum und Kameradschaft waren entscheidend bei der Ausbildung der nationalen Identitäten. Wenn Sie ruhig mal ein bisschen länger dastehen lassen können. Ja, und damit sehen wir uns glaube ich sogar schon beim finalen Part. Bis dahin, tschüss.